Darf ich fragen, wie du heißt? Gerrit. Ich bin der Niederdeutsche von Gerrit. Die Abneutung Gerrit. Achso, nochmal, wer bist du? Du bist die Mama? Oh, wie süß. Gerrit, darf ich fragen, was du beruflich machst? Qualitätsfachkraft. Boah, Qualitätsfachkraft. Hat die Mutter wieder. Gerrit, sag die Wahrheit. Aber ich glaube, man hat mich leicht verarscht, ja? Tschüss. Aber ihr kommt wieder, oder? Wann ich. Mein Herz! Oh, ich komme da zurück. Wie heisst du, Schatz? Sag ich dir später. Sagst du dir später? Entweder, gibst du mir nachher aufs Maul, oder ich habe Sex. Egal, was passiert, ich bin gefickt. Also, jetzt. Ich hab mir jetzt hier zugezwinkt. Keine Ahnung. So, und dann noch Rieb, sag ich, du kommst auch mit, mein Freund. Und Gerrit, nimm mich auch noch mehr. Komm jetzt. Geld ist zuständig für die Qualität. So. Das war's.